Hey, meine lieben Schlafversuchenden und natürlich herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal SailorDream ASMR. Und heute gibt es das angekündigte Glove Sounds Video und das aus der neuen Wohnung. Yeah, wir haben es endlich geschafft. Gestern sind wir umgezogen. Und ja, jetzt fehlen nur noch ein, zwei Kleinigkeiten, wie die Lampen, Flurgaderobe anbohren, paar Bilder. Aber dann ist alles komplett fertig. Endlich. Yeah. Und ich würde sagen, ich schnack auch gar nicht mehr so lange jetzt am Anfang und sage, let's go. So, meine Lieben, fürs heutige Glove Sounds Video habe ich zwei verschiedene ausgewählt, und da ich weiß, dass diese hier auch sehr, sehr beliebt sind. Und natürlich die Standard Globes. Und ja, ich würde sagen, wir starten einmal mit diesen hier. Leute, ich bin so so froh, dass ich endlich wieder Videos für euch drehen kann. Also, ich bin so froh, dass ich jetzt noch ein paar Jahre alt bin. Ach ja, wundert euch nicht, dass der Hintergrund heute so hell ist. Ich habe meine Decke noch nicht aufgehängt. Das muss ich auch noch machen. Aber beim nächsten Mal wird es wieder dunkel sein, versprochen. Und im Übrigen erwartet euch nächste Woche eine richtig, richtig coole Kollaboration, die auch wieder über mehrere Tage verteilt geht. Ich freue mich auch schon mega drauf. Okay. Der liebe Apollo liegt auch wieder genau hier neben. Der liebe Apollo liegt auch wieder auf. Ich liebe es, ich liebe es. Ich glaube, Apollo ist müde, der geht hier die ganze Zeit. Ich glaube, das ist sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Grüße gehen übrigens an den lieben Max, der sich sicherlich sehr über dieses Video freuen wird, denn er mag Glow Sounds genauso sehr wie ich. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie mag ich die Sounds davon halt sehr. Ja. Das wird richtig warm unter diesen Handschuhen. Das wird richtig warm unter diesen Handschuhen. Ich überlege, oder überlege im Übrigen, ähm, ja, ein neues Blue Yeti zuzulegen, und zwar eins in weiß, 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 da ich das irgendwie voll, voll schön finde. Ursprünglich wollte ich mir eigentlich zwei Rode-Mikrofone holen, aber ich habe Angst, dass ich mit der Einstellung überhaupt nicht klarkomme. Okay, dann machen wir mal mit diesen tollen Handschuhen weiter. Die ja auch sehr, sehr beliebt in der ASMR-Welt sind. Okay, Shaft. Okay. 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 uter Oh, da verrutscht mein Mikro. 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 Oh, da verrutscht mein Mikro.